Eieiei, wo kommen die denn auf einmal her? So, dann kümmert ihr euch mal bitte kurz da rum. Wo? Sagt euch, habt einen Finger, der schnell passiert, dass ihr schießen könnt, weil dann kann ich nochmal das Ziel heilen. Nächstes Mal, schön, schützt du mich einfach vorhin, okay? Jetzt gehen wir nämlich zu den anderen Reaktoren. War da gerade eh noch? Warte, dann, stopp, nein, das war ja hier hinten. Ja, dann war ja hier hinten. Und wie Arminenreaktor ist natürlich dann auch hier eine Heilstation. Wenn es nicht sehr viel bringt. Eins konnte man die hier mal sehr gut raus... ...sehen. Ich weiß nur, dass jetzt nochmal Gegner kommen werden. Okay. Tschüss, Barney. Boah, ihr seid mir doch die Granaten ansagen, ihr Dummtrotzer. Okay. Ja, ich hab's gewusst. Aber das kann nämlich jetzt ein bisschen einfacher gestalten. So. Noch Fragen? Nein, gut. Ich hab nämlich auch keine mehr. Achso, da war ja noch die eine. Ich soll jetzt nochmal scharf überleben, wie man zu der dritten da oben kam. Kann man jetzt nochmal da hoch... ...müßte man von oben lang? Ich glaub, man müsste von oben lang. Schön, Barney, dass du genau drinnen stehst. Na gut, können wir nochmal unsere Munition da ran auffüllen. Also, ich weiß... ...ja... ...kriegen wir hier sehr viele von denen jetzt erstmal. denn da ist auch ein ding wie kann man und dahin da war es doch möglich irgendwie rauszukommen gut da müssen wir jetzt mal aber wenn hier auch ne hier ist keine sehr merkwürdig sehr sehr merkwürdig sehr sehr merkwürdig wie kommen sie dann hier raus gott angeht ist jetzt erst mal der raum hier ausgeschaltet das reicht ja die lassen wir einfach den weg hinnehmen so da müssen wir rein und ich weiß genau was uns gleich erwartet ich weiß dass es mir jetzt muss auch machen können schön habe ich schon erwähnt dass ich diesen raum nicht mögen wagen werde weil ihr seht einfach selbst ja ich weiß wir haben ein zugesehen die arschkarte hat er das gerade wirklich überlebt hat er das gerade wirklich überlebt eins können wir uns hier in der ecke verstecken und warten bis die durch die türen reinkommen komm du auch mal hier ja bunny muss gerade mal bei dem wie das ging sollten die nämlich jetzt scharf sein und barney durch die vermutlich alle aus so jetzt heißt es glaube ich warten ich hoffe waren die vernippelter kann nicht habe ich doch schon mal zum ab ihr seht kommen die nämlich jetzt da hinten rein so damit wäre zumindest die seite erledigt für die haben wir natürlich auch noch ein paar geschenke und jetzt verdammt zu früh so wir hätten ziehen natürlich auch noch ein bisschen von den schön munitionen können werden die glaube ich auch gleich noch mal bevor wir den generator machen denke ich mal die zeit muss sein so war das ganze denn hier waren das mit denen da müsste der raum hinten gewesen sein eins kommen auch ein bisschen abkürzen so hier und dann auf der anderen seite kommen wir dann zum generator zum letzten übrigens so wie machen wir das jetzt am besten so wie machen wir das jetzt am besten heilen und jetzt werden wir uns hoffen dass uns dieser war nicht trifft das hier könnte kann ich auch was hier könnte kann ich auch ich kann mich auch mit meiner eigenen nein ich habe euch natürlich gesehen ihr scheißdinger auf die schildere steuer wenn ich vielleicht vorher hin ja guck mal kannst du froh sein dass ich dich nicht mehr als wenn kann Kannst du wirklich froh sein, wenn ich jetzt 500 speichern soll. So. Okay. Ein falsches Wort von dir. Zum Beispiel wie diese Mine da. Hey! Wieso explodiert die bei dir nicht? Okay, Raketenwerfer. Wo ist der? So. Schafft es immer, wie ihr euch hingefahren sind. Kann das sein? Ich weiß auch, was uns oben erwartet und mir persönlich gefällt es nicht. Nimm ich durch diese Tür da. Nach draußen. Setz einen an dieser monströsen Gegner. Wow. War hier nicht eigentlich ein Kampf gegen irgendwas größeres Böses? War eigentlich so, als ob ich irgendwas näher schießen musste mit dem Raketenwerfer. Ja. Was ja nicht heißt, dass wir es nicht können, ne? Hm. Schade. Ich glaube nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Gut. Wir als gnadenloser Verteidiger der Armen und Schwachen werden jetzt hier einfach durchrennen. Ja, 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 ja. Oh, die ist auf unserer Seite. Seht der hinter mir eigentlich was? Oh, wir sind nur noch alleine. Ja. Das war's. Genau darauf habe ich gewartet. So, wo bist du jetzt? Da hinten. Da wo ich dich natürlich nicht sehr gut sehen kann. Aber ich glaube ich habe dich doch getroffen. Scheiße. Keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Und die Rakete steht irgendwo hier hinten. Nicht da grad davon zeugt, dass es gut ist. Da ist der und... Und... Treffer. Und da ist der nochmal. Und... Schön. Nicht getroffen. Ach ja, da unten. Das Ding gibt's ja auch noch. Hm. Die halten auch jedes Mal mehr aus. Kann das sein? Nein. So, ich sterb jetzt einfach. Was? Okay. So, und als nächstes wollen wir jetzt dich da unten töten. Mich an dich ran. Ja. Shit. Später speichern. Warte mal. Ist der schon tot? Ja, der ist ja schon tot. So. Oh, da kommt noch ein Kampfschiff. Persönlich gefällt mir das dann nicht so ganz. Das heißt nämlich für uns, wir haben ein Problem. Weil noch ein Kampfschiff kann ich grad nicht gebrauchen. Ne, ich glaub das ist ein Landungsschiff. Das ist was anderes. Oh. Verdammt. Kann es für uns nur heißen, dass wir gleich Besuch vermutlich bekommen von irgendwelchen Gegnern, die wir nicht leiden können. Wann müsste der jetzt mal so langsam drauf gehen? Meines Wissens. Wenn nicht. Ja, wir bekommen Besuch, wie ich es erwartet hab. Ja, verdammt. Oh. Hm. Eigentlich, warum nicht? Kommt mal her. Ja. Kümmern wir uns später drumherum. Kümmern wir uns um das. Ja. Was ist das hier? Ey, das gibt's doch nicht. Ich hatte nicht die Waffe drin. Warum das denn? Hm. Den treffe ich natürlich nicht. Den, den ich treffen will, treffe ich nicht. Hm. Das ist grad etwas schlecht für mich, wie ich das Gefühl hab. Naja, während wir das Ganze jetzt mal etwas taktisch auf ihn anzugehen sollen. Sollten wir das mal mit nachladen nächstes Mal probieren. So. 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 So, ich würde aber trotzdem gern noch mal ein paar Raketen anholen. So. Aber es beschießt mich hier. Oh, was? Ah, zu dollen. Ja, schön, dass ich mir mal wie alle im Weg stehe, die Gwanden. Hä? Hä? Der wechselt die Waffen nur weil ich keine Munition mehr für die hatte? Ach nein. Ich meinte jetzt nicht ernst. Ach so, ja, das ist recht. Macht mal. So, nicht darum weiß ich ja jetzt. So. Dass ich dich da irgendwie grad nicht treffe. Stört mich da aber relativ. Aber. Diesmal hab ich natürlich vorgesorgt. So. Was. Zum. Für euch hab ich vorgesorgt, was denkt ihr denn? Achtung. Bam. So. Ihr macht da mal schön weiter und ich schaue schnell neue. Denn ich brauche Granat. Raketen. Ich werde mit euch. Da steht ihr da. Na. Der Gegner hat wichtiges Objekt getötet und deswegen. Ich weiß genau, dass ich dich so töten kann. Ja. Find ich auch. Ich muss mich nur ein bisschen schießen lassen, dann geht das. Ich glaube irgendwie der, den kann man noch grad nicht zerstören. Dann daher lassen wir das jetzt einfach, weil wir ja Verschwendung der Munition diese Karten endlich haben. Hm. Da stehen immer noch Leute. Hm. Hm. So stehen da noch Leute. Hm. So. Das wird das jetzt zumindestens auch. Ja. Ich weiß. Oh. Guck mal. Ein Treppenhaus, was kaputt ist. Ja. Schön, dass wir springen und in einen Nadelbildschirm kommen. Gut, wir werden auch einfach runterspringen können, fällt mir gerade ein. Gut, das heißt, wir gehen jetzt raus auf den großen, bösen Platz. Richtig? Richtig. Auf den großen, bösen Platz. Ist das die Stelle, die ich... Okay. Wir beenden die Folge hier und sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin, Leute.